Also ich bin sowas von begeistert, wie das funktioniert. Der KSV Wienstrom hat das so super gemacht. Heute der Bergsprint. Ich bin leider nicht dabei, ich muss im Geschäft sein. Es wird sicher spannend. Und das High End heute am Nachmittag ist nach der Siegereierung unser kleines Fest zum 25-Jahr-Jubiläum, wo alle eingeladen sind. Und um 21 Uhr gut an das Feuerwerk. Das wird, glaube ich, ein guter Abschluss für die Tür sein. Was machst du? Hörst du mich faust oder kippen dir weg? Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Ich danke auf jeden Fall, dass du so viel gekommen hast. Macht den letzten Tag. Ich weiß nicht. Einfach schauen, was geht. Ich werde mich heute bemühen. Schauen wir, was rauskommt dabei. Wer hat den attackiert? Wo ist der Stadion? Wo ist der Stadion schütten? Das wird jetzt gut tiefgemig her. Ich älte dich gut. Ich glaube nicht, das ist gut gelub. Ichừa habe ihn riechtique. Januar ist ein bisschen rauszバ educational. Uū. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018